Wir müssen jetzt mal wieder bei Null anfangen. Es ist ein bisschen wie wir denken, wenn ich... Es macht man ein bisschen frustriert und sagt, jetzt müssen wir den Verbraucherschützer abmachen, wir müssen wieder vertrauen, aber ich glaube einfach auch an unsere Arbeit. Auch der Glaube der Verbraucherschützer konnte nicht verhindern, dass Charlotte Geis das neueste Opfer einer Abzaufer aus Österreich geworden ist. Während, während wurden von Oktagas Firma...